Und hier sind wir wieder. Weiter geht's mit Captain Tsubasa. So und wir sind ja hier stehen geblieben. Wir haben jetzt wieder mal, diesmal mit einem anderen Team, aber wir treffen mal wieder auf die Gebrüder Biber. Ähm, ja und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die jetzt so drauf haben. Die waren ja in der Landesmeisterschaft. Hatten wir ja das dritte Spiel gegen die. Das war ganz schön knackig. Gucken wir mal, was die jetzt so drauf haben. Dann würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht lange. Äh, genau. Ja, nee, nee, hatte ich ja schon alles fertig. Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir direkt mal rein. Dann gucken wir mal. Ja, ich habe auch ganz lange nicht verstanden. Ich habe das Video gewonnen, das in der ganzen Welt gearbeitet. Ich habe das Video gewonnen. Ich habe das Video gewonnen. Ich habe das Video gewonnen. Ich habe das Video gewonnen, um das Video gewonnen zu geben. Was? Ah ja, fängt ja schon mal gut an hier. Oh, das ist sicher. Ich werde das nicht wissen. He? Ich werde die Schäden gegen uns? Da musst du dich erstmal überlegen, ja. Jetzt kommt die nächste Gruppenaufteilung. Ah ja. Okay, diesmal sind wir... Ne. Ah, da. Okay, okay. Ah, jetzt muss ich... Ach, das muss man jetzt in jedem Spiel auswählen, oder was? Ach, da muss ich aber los, Alter. Da muss ich aber los. Los. Vier Combo. Vier Combo. Dann schauen wir mal. Äh, was? Ja. Und los geht's. Was? Vier Combo. Vier großen Erfolg. Ah ja. Äh. Will ich noch irgendwas machen? Ausrüstung? Können wir da denn groß irgendwas... Ne, hab ich... Ach, guck mal. Mir fehlt wieder eine Sache. Tempo. Ja, Tempo. Ja, komm. Tempo brauchen wir, weil die sind nämlich ganz schön flink. Machen wir das nämlich so. Team konfigurieren brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja komm, wir schauen jetzt einfach direkt rein hier. Jetzt kommt erstmal wieder Aufstellung und so ein Kram. Bevor es gleich losgeht. Oh, da auch nicht. Ich war pinsch. Entschuldigung. Ah doch, besser. Jetzt kommt erstmal wieder die Start-Hill. Oh, die haben hinten halt schon dicht gemacht, Alter. Dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, hups, 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 nein, ach, ich vergesse jedes Mal hier den Dings zu machen, also, die Dings-Klechen hier, guck mal, wie flink die sind, Junge, alter Deger, das ist doch, das wird jetzt anders knackig, Mann. Ups, ups, ja, das wird jetzt anders knackig, was, ich wollte doch passen, Bruder, ah, scheiße, jetzt, mach doch, was, was ist denn, was, 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 was? Was? Was ist nicht gerade passiert, Alter, Hauptsache, der war aufgeladen, Junge, was ist doch nicht gerade wirklich passiert, ne. Oh, ey, ich sah ja schon immer dieser eine, ne, immer dieser eine, der ging mir im Dings schon auf den Sack, Alter. Ein Dings-Termier, Alter, Landesmeisterschaft, Alter, ging der mir schon richtig auf den Piss, Alter. Nein, 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 nein Oh, 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 oh. Nein, das war zu weit. Ich hab mal nicht einen Schuss aufs Tor gehabt, alter. Ah, schuldigung. Ein Schuss hier aufs Tor. Wir haben die nettes noch ganz schön weit raus, aber es ist ne Taktik von denen jetzt. Nein, nein, nein. Was ? Warum ist das da vorne eine Kerner? Ich bin da vorne, hier spielst du mit bruder. Was ? Nein, nein. Nein, dürfen die nicht hier irgendein komische... Ah, scheiße. Jetzt, komm. Der Kanonenkugelschuss. Der nächste sitzt. Der nächste wird sitzen, Alter. Der nächste wird sitzen. Nur noch eine Chance, Alter. Der nächste sitzt. Ah, der jetzt nicht, aber der nächste Kanon- oder Tiger-Schuss wird sitzen. Ah, ja. Oh nein, jetzt haben die schon wieder die Dings aktiv. Ah, Mann. Blöde. Scheiße, ja. Es war doch... Ach, es war so safe, Mann. Der hatte seinen Willen komplett unten, naja, aber ich hab zu lange gebraucht. Ah, dann gehen wir direkt in die zweite Halbzeit. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Was ist die jetzt? Ah, scheiße. Oh, was? Hä? Liga. Was? Was, 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 was? Was? Weil der nicht voll ist, Mann. Ja, Mann. Oh, Mann. Na, Mann. Ah, Mann. Oh, Mann. Warum sprühen wir doch alle nicht? Was ist so ... Oh, Alter, aber guck mal, wie das sein Willen runtergekloppt hat, Mann. Was? Wie das sein Willen aber runtergeballert hat. Jetzt haben wir doch... Das hätte ich vorher mal mit Dings geschossen. Was? Digga, wie so ein Stück Seife schon wieder hier. Oh, Mann. Oh, ey. Ah, ich konnte nicht aufladen. Sein Willen geht runter. Der nächste Tiger-Schuss, der nächste Tiger-Schuss, der sitzt auf jeden Fall. Was? 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 Nein! 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 Oh, Mann. War das so safe, Bruder. Oh, Mann. what? Oh, Mann. Oh, Mann. Mh, dass das auch so lange dauert. Das ist so Schmutz, ne, dass das auch so lange dauert. Ey, das ist so Schmutz einfach, ne. Dass das auch so lange dauert, ne, ehrlich. Ich krieg keine Chance mehr auf nem Powerschuss, Mann, ne. Ich krieg keine Chance mehr auf nem Powerschuss. Ne, ich krieg keine Chance mehr auf nem Powerschuss. Das hat sich erledigt. Oh, Mann. Das erneut versuchen, was? Och, Bruder. Ey. Was für ne Pleite schon wieder. Na, gut. Dann würde ich sagen, war's das an der Stelle? Und ich versuch das nochmal. Ein bisschen kürzer heute. Auch genau wie im dritten Spiel vom Landesmeisterschaft. Ist wieder so ein Flop hier gewesen. Egal. Ich versuch das jetzt. Ich mach jetzt hier Ende und versuch das jetzt gleich alleine nochmal. Das kann ja wohl nicht sein hier. Ich will euch jetzt nicht quälen hier. Dann würde ich sagen, war's das an der Stelle. Und dann versuch ich das jetzt hier nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel. So, 2-0 das Ding im Kasten. Mal gucken, wie es weitergeht. Ist jetzt so ein kleiner Anhang noch. Das hat doch schneller funktioniert, als ich dachte. Okay, ich dachte, da kommt noch was. Aber na gut. Aber bestimmt danach noch. Bestimmt danach. Wir kennen noch vom letzten Mal. Aber wir sind gut aufgestiegen jetzt. Tempo könnte besser sein. Aber das kommt noch. Plus 350 Punkte. Wie jetzt? Was? Was ist denn jetzt hier? Das ist jedes Mal, wenn du die Anzeige deiner Schule aufhörst, kannst du eine von drei zufällig ausgewählten Trainingsfähigkeiten erlernen, die das Training etwas effektiver machen. Einige sind speziell für die jeweilige Schule. Trainingsfähigkeiten werden wirksam, wenn sie ausgerüstet sind. Okay. Gucken wir uns die doch mal an. Was haben wir hier? Offensivverteidiger. Bekannt. Teamplay-Angriff. Ach da. Was erhöht die Chance, Bonus-Events zu aktivieren? Haben wir bei Bekannt. Und hier haben wir, wenn die Position Stürmer ist und der Schussrang S oder höher ist. Habe ich einen Schussrang von S oder höher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir nehmen mal dieses Bekannt. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das jetzt einfach. Obwohl, weißt du was? Wir nehmen dieses Teamplayer-Angriff. Ich glaube, Schussrang S oder höher haben wir, glaube ich. Mit Dings. Weißt du was? Wir nehmen das. Scheißegal jetzt. Scheißegal jetzt. Ah ja, hier die Freundeskarten. Was? Aktion Innenblock habe ich erhalten. Okay. Das klingt doch schon mal super. Gucken, bei wem ich das ausrüsten kann. Tja, habt ihr nicht gedacht, ne? Tja, habt ihr nicht gedacht, ne? Tja, habt ihr nicht gedacht. Tja, habt ihr nicht Angst. Ich bin ein sehr schwerer Team für einen Team, aber ich werde es nicht so gut gewinnen, wenn ich mich für einen Team gewinnen kann. Ich bin bald, ich bin bald, ich werde mich nicht mehr überraschend. Also, wenn ich mich für einen Rennen möchte, dann muss ich es ein Team sein. Ich bin froh, ich bin froh. Das war's für heute. Wir beginnen mit der Umgebung! Das war's für heute. Ja, das ist doch gut. Ich habe mich über die Vorstellung von Kazeo gesagt, aber es ist nur ein Kaptain, die ich gesehen habe. Ich habe mich über die Vorstellung von Kazeo gesagt, wie gesagt. Jetzt wird alle drei Jahre altes sein. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Wenn ich mich anstrengere, dann muss ich mich anstrengen. TAKESI! Ich werde mit 1, 2! TAKESI?! Ich werde mich anstrengen, als ich mich anstrengen. Ich habe mich anstrengen! Ich habe mich anstrengen! TAKESI! Es ist危險! Ich habe mich anstrengen! Tja! TAKESI! Ich bin gut, bin ich bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Ich habe mich nicht zufrieden. Ich habe mich anstrengen. Ich habe mich anstrengen. Oh, ich habe mich anstrengen, wenn ich mich anstrengen. Ich habe mich anstrengen. Ich habe mich anstrengen! Ich habe mich anstrengen. Warte, was für die Valkontrolle? Ich habe mich anstrengen. Sie haben eine Zankung. Was? Es ist riesengrochet. Ich habe mich anstrengen. Ich habe mich anstrengen. Ich habe mich anstrengen. Ich weiß nicht, dass ich so viele Tuckler hatte, dass ich so viele Tuckler hatte. Aber ich kann mich nicht verlieren. Ich kann mich nicht verlieren. Du? Was ist das? Das ist doch so. Das ist doch alles. Du bist auch. Du bist auch. Das ist doch alles. Dann gehen wir in die Karte. Hey du! Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, was ich hier gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich hier gesehen habe. Oh, ich habe ihn mitgebracht. Vielen Dank. Was hast du gemacht? Nichts, nichts. Alles gut. Nichts, nichts. Alles gut. Nichts, nichts. Nichts, nichts. Hat ihn gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal wieder! Was ich? Sorry, Käpt'n. Ich habe jetzt ein bisschen auf der左 Seite. Auf der左 Seite? Das stimmt. Das ist eine alte Schmerz. Dann können wir heute hier machen. Okay, ich habe ihn verletzt. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt. Hm. 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 Wir werden es sehen. 50 Spielerpunkte. Hm. So. Jetzt haben wir es geschafft. Okay. Ja, das ist im Trainingsmenü und bla. Wie immer mache ich das selber und bereite das für das nächste Spiel vor. Und dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich nach diesem kleinen Anhang, jetzt ist aber wirklich Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Captain Tsubasa im dritten Ligaspiel wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin, reingehauen. Ja. Ja.